Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, ich bin im Spielefieber. Ich habe nämlich Holzbausteine und einen 3D-Rahmen. Ich habe die Inspiration übrigens von Ideenreich. Ich hoffe, ich denke daran, weil ich sie natürlich auch markieren möchte und ihr die Kredits gebe, dass ich sie halt hier eben verlinke. Und sie hat immer wunderschöne Ideen. Es gibt natürlich Ideen, die ich so nicht umsetzen kann. Ich wohne in einer Wohnung. Sie hat ein unglaublich schönes Haus mit Garten und so ein Arbeitszimmer, wo sie halt ganz viele Geräte hat, die ich zwar unglaublich schön finde und auch gerne hätte, aber meine Wohnung gibt das leider nicht her. Aber vielleicht interessiert es euch da auch und ihr wollt euch da gerne einfach mal ein bisschen euch kundig machen. Und wie gesagt, sie hat das wunderschöne DIY dazu gemacht. Ich finde es toll. Ich sortiere jetzt gerade so ein bisschen, wie es am besten funktionieren kann, damit es zu einem wunderschönen 3D-Bild wird. Ich habe immer wieder ein bisschen hin und her sortiert, wie es schön aussehen kann. Und dementsprechend das Ganze ist mit dem Tempo ein bisschen hochgezogen, nur damit ihr nicht verunsichert seid, warum manches schneller geht. Aber ich habe wirklich genau geschaut, geht es, geht es nicht. Und ja, wie gesagt, ich finde das DIY mega schön. Und wie gesagt, hier werden erstmal die ganzen Sachen sortiert. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 30x30 waren es jetzt gewesen. Und oder 25x25 ist aber letztendlich auch komplett egal, wie groß ihr das Bild gerne haben wollt. Falls ihr es übrigens kleiner haben wollt, ist natürlich auch alles möglich. Aber dann ist natürlich alles ein bisschen minimalistischer noch und dementsprechend. Ja, wenn ich dann jetzt alles soweit hingepackt habe, wie es jetzt schön wirken kann, dann habe ich das Ganze fotografiert. Ich zeige euch gleich auch noch meine Farben, die ich genutzt habe und freue mich da einfach. Ich habe mich nämlich, also die YouTuberin von Ideenreich, die hat es mit Pastellfarben gemacht, fand ich auch mega schön. Ich habe mich aber für andere Farben entschieden. Ich habe mich nämlich für Metallicfarben entschieden. Ich habe mir die nicht, wie sie, ich kenne die Firma leider nicht, genommen, aber ich habe die Eddingsspray genommen. Und keine Sorge, das hier ist übrigens nicht bezahlt. Ich gucke mal, ob ich euch die ganzen Sachen verlinke, die ich jetzt genutzt hatte. Und genau, ich habe jetzt Silber, so einen Champagnerton, Goldton und einen Bronzeton genommen. Ich finde, das ist eine schöne Kombi, um all die schönen Edelmetalle zu vereinen. Und ja, ich habe es jetzt auch nur ganz kurz mitgefilmt. Ich habe das Ganze auf dem Balkon gemacht, aufgrund dessen einfach, weil es da einfach leichter geht, das Ganze nicht in der Wohnung steht. Ich habe ja auch Haustiere und dementsprechend habe ich da natürlich dann dementsprechend auch drauf geachtet. Hier seht ihr, hier habe ich alles wunderschön hingelegt und von jeder Seite und dann trocknen lassen das Ganze. Und als ich dann soweit fertig war, habe ich dann die Steinchen wieder hingebaut. Ihr seht schon, ich habe mein Handy da liegen und habe dann geschaut, dass das alles so funktioniert, wie es geht. Ich habe auch jeden Stein irgendwie anders gemacht, damit es dann eben einfach auch abwechslungsreicher aussieht. Und ich freue mich dann natürlich darüber, wenn es für mich auch stimmig wird. Hier zum Beispiel bei diesem Brückenteil, sage ich jetzt mal, da habe ich dann die Abrundung auch in einer anderen Farbe gemacht, damit es eben auch da nochmal ein Unterschied wird. Und genau, und dementsprechend habe ich jetzt soweit dann alles wieder reingepackt. Und danach wird alles, wenn alles soweit schön liegt, habe ich dann das Ganze mit Heißkleber zusammengepuzzelt. Und es gibt bestimmt auch noch andere Kleber, aber für mich war jetzt der Heißkleber einfach die bessere Wahl. Und dementsprechend, ich habe es euch auch mitgefilmt, alles ein bisschen minimü hochgezogen vom Tempo, damit es einfach nicht zu langwierig wird und ihr trotzdem alles seht. Während ich jetzt hier noch sortiere, war gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht denkt, wollte ich nochmal sagen, ich freue mich tatsache sehr. Mit dem aktuellen Stand sind wir gerade bei 675 Abonnenten. Es kommt und geht immer mal einer. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wie es hat. Ich freue mich überhaupt, dass überhaupt jemand meine Videos mag und sich gerne anschauen möchte. Wie gesagt, schreibt mir gerne, falls ich etwas anders machen soll. Oder wenn ich irgendwas austesten soll für euch, hinterlasst mir auch einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar, falls ihr noch Fragen habt oder ein Abo. Ich freue mich darüber auch. Es ist alles kostenlos. Da ist überhaupt nichts, was irgendwie jetzt Geld kostet. Wie gesagt, ich kriege dafür kein Geld und freue mich da einfach drüber. Wenn es Leute gibt, die sich meine Videos dann eben anschauen. Ich mache es für mich ja. Also so fing es eben auch an. Letztendlich fing es mit Musik an. Ich habe lange Zeit Musikvideos hochgeladen nur. Und dann kam ja Corona und dann habe ich Anfang 2020 mit dir bei Videos angefangen. Und einfach, weil man musste sich ja beschäftigen. Und ich habe mich tatsächlich sehr, sehr gefreut und mag meine Videos, weil ich daraus auch Erinnerungen habe. Ich weiß, wie ich manche Sachen vielleicht mal gemacht habe. Da kann ich also auch jederzeit immer nochmal nachschauen, was da am besten funktioniert. Und ja, dadurch für euch vielleicht auch als, wie kann was funktionieren. Meine Devise ist Tatsache, ich versuche euch immer alles zu zeigen, was ich mache. Manchmal in einem schnellen Tempo. Aber eben damit ihr seht, es ist nichts rausgeschnitten. Es ist wirklich so gemacht, wie ich es auch zeige. Ich habe euch auch meine Fails schon gezeigt. Auch das finde ich total wichtig, dass man einfach zeigt, was eben halt nicht funktioniert. Dann kann man es eben auch anders machen. Ich finde es halt für mich selber halt auch schön. Manchmal sieht es so aus, das sind oft die ganz kurzen Videos, wo ich immer denke, was sind die Schritte dazwischen? Ich brauche mehr und das ist so meine Devise. Ich will euch einfach alles zeigen und hoffe, dass es euch hilft, da einfach so ein bisschen das Ganze zu verstehen. Und ja, habe ich mit vielen Sachen schon gemacht. Und wie gesagt, auch Fails waren schon dabei und die gehören einfach auch mit dazu beim Ausprobieren. Und ja, so hier ist wirklich jetzt alles wunderschön festgeklebt. Dann habe ich das Ganze nochmal auch, ich hätte es vielleicht vorher ausprobieren sollen, aber ich habe es tatsächlich dann eben auch geschaut, dass ich das Ganze dann natürlich auch in den 3D-Rahmen bekomme. Da ist übrigens noch so eine Schutzfolie drauf, also nicht wundern, genau, die nehme ich jetzt runter. Ich habe die ganze Zeit immer darauf gewartet, dass ich es halt nicht gleich runter mache. Ich bin ja so einer, der im Zweifel die Folien auch relativ schnell dann schon mal runter nimmt. Und außer bei manchen Teilen wie bei der Uhr oder so, da traue ich mich irgendwie manchmal nicht, wo ich denke, ja, falls da jetzt gleich ein Kratzer draufkommt, ist das auch doof. Aber wie gesagt, es ging relativ gut, hat sich wirklich gut gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, ich denke an alle Teile, die ich jetzt genommen habe, die ich jetzt gekauft hatte. Und dann ist das, glaube ich, eine wunderschöne Idee, wie ihr das Ganze dann einfach auch verwenden könnt, wenn eure Kinder einfach schon zu groß geworden sind. Ich zeige euch gleich das Ergebnis nochmal, dann auch ein bisschen näher. Und ich hoffe selbstverständlich, dass euch das Video gefallen hat. Und wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ich etwas ausprobieren soll. Ich habe jetzt noch ein, zwei Sachen, die ich zum Beispiel auch für Weihnachten machen möchte, auch wenn ich nicht ganz so der Weihnachtsmann-Typ bin. Aber gut, das gehört jetzt einfach mit dazu, das ist eine Jahreszeit. Ich bin auch nicht mehr ganz abgeneigt, hat alles seine Gründe, warum ich Weihnachten ganz doof finde. Aber wie gesagt, Weihnachten gehört dazu. Hier kommt also das Ergebnis. Wie gesagt, ich finde es schön, ich hoffe, euch gefällt es auch und ich mag die Farben dazu. Ich bin gespannt, vielleicht habt ihr auch noch Farbideen, die man vielleicht noch ausprobieren kann. Und dann wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich, dass ihr da wart und bis bald. Bis bald. Vielen Dank.